Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Endergames, hier auf meinem Kanal, heute mal mit dem neuen Schattenkit, was bis jetzt nur die Top 100 benutzen kann und YouTuber oder Premium Plus Spieler. Ich bin ja eh noch insgesamt Top 100, deswegen 48. Kann ich das deswegen auch benutzen, obwohl ich Premium Plus bin. Also kann ich Stop mit haben, läuft mir. Auf jeden Fall gucken wir mal was jetzt in der Runde so reißen können. Zack. Ja okay, das ist ja okay. Ja mal gucken. So, gleich geht's los heute. Was man mit dem Kit machen kann, die Leute, die es nicht wissen, man kann so eine Art Schatten spawnen, also Schatten heißt jedenfalls das Kit, so eine Art Klone von einem, die laufen dann durch die Welt und ja, die sehen halt genauso aus wie man selber, haben halt dieselbe Rüstung und so. Also dadurch kann man die Gegner schon mal gut ablenken oder gut flüchten. Das ist echt kein Crap-Kit, muss man sagen. Das bringt auch was. Das sind natürlich die Teile. Man kriegt auch, man hat so 32 von diesen Essenzen und kriegt halt nach jedem Kill oder Port noch welche dazu. Nach einem Kill glaube ich 5, nach einem Port 3. Okay. Wie kam es da bis jetzt immer so vor? Soll man ein bisschen weniger bekommt, als da eigentlich stand, aber irgendwie habe ich jetzt keine bekommen. Anscheinend hat sich auch wieder geändert, dass man Essenzen dazu bekommt. Oder man darf nur noch Max 32 haben, weiß ich nicht. Sonst wäre es vielleicht schon ein bisschen okay, wenn man zu viele von den Teilen hat. Aber ja, anscheinend wurde das ein bisschen verändert. Keine Ahnung. Ist vielleicht ganz gut, weil sonst ist es halt echt gar nicht so schlecht, wenn der überall so Leute lang geht. Man weiß halt nicht, wer der echte ist. Man kann es ja ein bisschen versuchen, dem Kopp auszufolgen. Bringt aber auch nicht so viel immer. Okay, kurz mal rein hier ein bisschen. Das ist oben der Typ und ich weiß, ob ich hier reingegangen bin oder nicht. Kommt kurz ein bisschen verwirren vielleicht. So, ich habe leider nicht... Guck mal, ich werde jetzt auch auf die Endergames top. Bisschen jetzt wieder Endergames spielen und auf die, ja, sagen wir mal, Platz 1 oder so schwitzen. Also die Top 10 Endergames zu erreichen, ist nicht schwer von diesen Monatssets. Und ich versuche ganz schnell Doppelsprung zu machen, weil ich eben ein bisschen Keguru gespielt habe. Da kann man also Doppelsprung machen, deswegen mache ich das die ganze Zeit. Ich bin jetzt dumm gerade angewohnt. Angewöhnt hier. So, okay, wir werden uns jetzt ganz schnell erstmal eine Goldhose craften. 100 Blöcke sind auch noch genug. Ja, könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr es cool findet, dass jetzt wieder mehr Endergames kommen wird. Also hauptsächlich soll auf meinem Kanal so Endergames, Timoya, Soup halt und Bedwars kommen. Bedwars natürlich nur in einem verträglichen Maße. Guck mal. Ich glaube, ich brauche noch einen Helm. Zack, haben wir guten Stuff. So, dann können wir jetzt auch rasieren gehen, da vorne irgendwo ist einer. Ich werde das mal... Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, der aufteilen, wenn der dann diese Essenzen der ganze Zeit im Inventar hat. Guck mal gucken. Boah, ich versuche die ganze Zeit auch immer einen Doppelsprung zu machen, das ist echt nervig. Ich könnte mir so, ja, fast noch einen Gap holen, wenn ich noch einen Apfel habe. Vorne ist einer. Gucken wir mal das jetzt schönes Kit benutzen. Seht ihr hier laufen lang. Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen auffällig, wer da auf ihn geht. Auf einer freien Fläche ist es natürlich ein bisschen besser, das Kit einzusetzen als so. Was auch ganz cool ist hier in Endergames, das habe ich jetzt schon öfters jemanden gesehen, der so meinen Skin benutzt, so verschiedene Leute. Das ist nicht ganz cool. Oh, schade, dass ich nicht vorher gebotte wurde, hätte ich ihn kriegen können. Da habe ich mich gerade ein bisschen selber verwirrt, weil ich mich, weil ich ja dann natürlich darauf achten muss, dass ich selber auch was sehe. Bisschen ungezündet, das gefällt ihm doch sicherlich. Und ja, was wollen wir mit ihm machen? Einfach so töten wäre halt langweilig. Kommt mir leider, können sie aber keinen Schaden machen. Muss ja dazu sagen. Ist halt ein bisschen, ja, aber sonst wäre es auch zu OP, muss man ganz ehrlich sagen. Uff, jetzt bin ich reingefallen, aber ja, nicht schlimm. So, dann, Gigi, hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Und ich würde sagen, lasst doch ein Like da und bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao. Ciao.